Die Bibel lehrt uns, unsere Nachbarn und unsere Feinde zu lieben. Wahrscheinlich, weil es die gleichen Leute sind. Na, wie war es beim Arzt? Der Arzt wollte mir erst die gute Nachricht mitteilen. Ja, und? Die Krankheit wird nach mir benannt. Wie war es heute in der Schule? Hast du gut gelernt? Nicht so gut. Ich muss morgen wieder hin. Opa Adolf war in seinem Bemühen, Künstler zu sein, ziemlich tapsig und drollig anzusehen. Doch sein Boot hatte 300 PS. Tschau, ihr Loser, rief er noch, bevor er gegen die Mole krachte. Man muss vorbereitet sein, wenn die Welt untergeht. Warum sollte die Welt untergehen? Warst du in der letzten Zeit mal auf der Post? Was es auch ist, was sie da haben. Sie sollten nicht diese Krawatte dazu tragen. Bei Facebook kann man Freunde auch löschen. Daher kommt auch der Begriff Entfernte Bekannte. Daher kommt ein wenig mit einem Sch vide favour, so dass man sehr高 ist, wenn man sich in der Zeit… ich bin压achten. Vielen Dank.